Lächeln, Schöpflech, Rock'n'Roll! Ruf in die Hände! Ruf in die Hände! Ruf in die Hände! Der Einzug geht doch! Einen wunderschönen guten Abend, ich darf euch euch vorstellen! Ich bin der René, ich habe ein ganz kurzes Wort, bevor es gleich los geht. Und man hat mir gesagt, wenn ihr mal raus vor den Stuhl oder runter auf den Stuhl kommt, habt ihr diese Nervenmacher bekommen, diese Pop-Box. Hegt die mal auf! Wer hat so einen Winken? Und einmal zu mir fahren. Wir lehren das mal ganz kurz mit dem kompletten Ton auf. Mal auf 3, 3, 2, 1! Sehr gut! Wunderbar! Denken Sie, Schöpfle? Hier geht es gleich los. Alle Nutzkämpfer haben sich natürlich tierisch vorbereitet. Und wenn ihr wollt, dass die hier heute im Regen noch was abnehmen, dann müsst ihr natürlich auch Vollgas geben mit dem Intro. Ich sag nur, Michael Waffer und den Intro, was ihr heute seht. Das ist ja auch so! Der Fisch! LEE-DISIT! Danke! Danke! Danke!